Hallo liebe Leute, ich bin's Vivi von den Freudentropfen. Heute mal wieder für ein Vlog zu stelle und ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, heute mal alleine. Einfach aus dem Grund, so wie ihr unschwer erkennen könnt, dass Nana nicht da ist. Weil, naja, dazu komme ich jetzt. Nana ist nämlich die ganze Woche lang ein bisschen beschäftigt, weil sie nämlich ein Praktikum macht, wo sie dann meistens von 8 bis 18 Uhr unterwegs ist. Und daher, wo wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, haben wir ein kleines Problem, was denn unsere Aufnahmen angeht, weil, äh, wie sollen wir zusammen gegen den Harz aufnehmen, wenn Nana nicht da ist? Die ist nämlich meistens immer dann abends um 7 Uhr hier und das ist ein bisschen spät zum Aufnehmen. Also jedenfalls für uns, weil wir sonst echt nichts mehr gebacken bekommen. Einerseits auch, äh, weil wir ja schließlich irgendwann mal Ruhe haben wollen und das klingt jetzt zwar total bescheuert, aber für uns dauert das ein bisschen länger, den ganzen Kram hier aufzubauen, also das Ganze zu verkabeln und, äh, den Soundcheck zu machen und alles. Manche drücken einfach irgendwo auf ein Knöpfchen und dann so, fertig. Aber, nee, bei uns leider nicht. Daher, ähm, ja, ist das gerade ein bisschen schwer mit den Aufnehmen. Heißt, ich muss dann die Woche schauen, dass ich irgendwie was alleine hinbekomme, dass ihr dann ein bisschen was zum Gucken habt. Ähm, ich hatte da irgendwie überlegt, dass wir vielleicht irgendwie, ich sag schon, man sagt aus Gewohnheit wir. Weil ich normalerweise da so jemand ein Leben besitzen habe, der mich die ganze Zeit unterbricht und mich irgendwie beleidigt und irgendwelche dummen Sprüche reißt. Und, äh, ich sag jetzt mal, im Moment ich. Ich muss dann einfach mal gucken, dass ihr dann die Woche was zu schauen habt. Und, ja, ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, dass ich mich mal an Isaac Reber versuche. Auch wenn ich, ich muss da ganz ehrlich sein, ich bin nicht gerade die Beste in dem Spiel. Also, ihr dürft ja keine Pro-Runs erwarten oder so. Und, dass ich da dann jetzt ohne irgendwelche Probleme sofort zu Mom durchrenne und dann zu Mom's Heart und dann zu Satan und dann in die Chest. Und dann mache ich das Ganze blind und rückwärts und mal umbliblob. Nee, das könnt ihr knicken. Also, das wäre dann wirklich eher nur so eine Fun-Videos, wo man dann sagt so, joa, gucke ich mir einfach an, um zu sehen, wie sich, wie, wie blamiert. Ja, hm. Ähm, also, das wäre einfach nur, das könnt ihr euch anbieten, so als Übergang momentan. Weil, ähm, diese Woche werden wir, glaube ich, was anderes nicht schaffen. Weil, wie gesagt, erst mal Nada's Praktikum, dann am Wochenende ist sie nicht hier. Und, äh, wir würden dann erst nächste Woche Montag wieder dazu kommen, zusammen weiter Kingdom Hearts aufzunehmen. Was natürlich ein bisschen doof wäre, weil ihr denn eigentlich die ganze Woche, ich glaube jetzt schon, wenn ich das heute aufnehme, schon zwei Tage ohne Videos wert. Und jetzt denn, wenn wir denn gar nichts machen würden, dementsprechend noch länger. Und das ist doof, weil, ja, wir wollen halt eben versuchen, so aktiv wie möglich zu bleiben. Und das ist ja auch ein bisschen bescheuert, denn wenn wir dann, ja, keine Ahnung, eine ganze Woche lang uns einfach nicht melden und dann sagen so, Hey, wie sind wir da? Wir sind weg. Weil, da haben wir ja schon in der Vergangenheit gemerkt, das hat nicht so ganz gut hingehauen. Auf jeden Fall, ähm, da wisst ihr schon mal Bescheid. Und, ja, ich weiß noch nicht, ob ihr das, also einige von euch haben das schon mitbekommen. Einige wahrscheinlich noch nicht, weil, ähm, ja, also mir folgen ja auf Twitter nicht allzu viele, so ein Bruchteil, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall, Leute, wir haben es letztens geschafft. Wir haben die 500-Abonnenten-Marke geknackt. Wir haben uns gefreut, wie die Schneekönige hier, oder Königinnen, je nachdem. Und, äh, ich meine, viele sagen dann meistens immer so, ja, aber das ist doch voll nicht viel. Ich meine, schaut euch mal den und den an, der hat irgendwie so, äh, 500.000 und der hat 30 Milliarden, Leute. Das ist eigentlich unwahrscheinlich, aber ihr wisst, was ich meine. Und, aber für uns sind 500 Leute schon so viel, weil ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Denn 500 Leute, damit kriegt man bestimmt irgendwie so drei Kinos voll oder so, wenn nicht sogar noch mehr. Kommt auch drauf an, was für ein Kino das ist. Ach, ich schweife immer so ab hier. Auf jeden Fall, es sind verdammt viele Leute und dass die wirklich hier, ähm, uns zugucken und uns den ganzen Schwachsten, den wir hier aufnehmen, antun und das auch noch feiern. Das ist echt ein total tolles Gefühl und, ach, ich, äh, also ich glaube, ich kann hier nur für Nanami sprechen und sagen, so, wir sind einfach nur verdammt happy darüber, dass wir ein paar Leuten hier gute Unterhaltung bringen können. Wenn auch nicht gerade immer das höchste Qualität ist oder, ähm, ja manchmal eigentlich voll, mit Federn voll ist und wir halt noch nicht perfekt sind als Let's Player. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass Leute darüber lachen können und dass sie Spaß dran haben. Und da sind wir echt dankbar drüber, dass ihr denn trotzdem auch noch bei uns bleibt. Und, ach, ja, ihr merkt schon, ich hab so ein paar Probleme da jetzt irgendwie was, ja, rüberzubringen. Weil es ist einfach ein super cooles Gefühl, wenn man wirklich weiß, so, boah, die Leute feiern einen oder, äh, zumindest, dass sie einen schauen und sich über die Videos freuen. Und ich denke mal, wenn man selbst das bei, in anderen Augen, wenigen Leuten geschafft hat, denn, ich denke, dann hat man trotzdem sein Ziel schon erreicht, oder? Also, ich meine, als Let's Player, da setzt man sich doch wirklich an solche Videos, einfach damit man anderen den Tag versüßt. Also, jedenfalls ist das meine Ansicht. Und wenn wir das bei euch 500 schon geschafft haben, denn, was wünscht man sich denn noch mehr? Also, Nana und ich sind da echt total happy und es wird auch dann dementsprechend bald ein Abo-Special geben. Da müssen wir uns allerdings erstmal überlegen, was wir genau machen, weil, ähm, ich finde, das sollte schon irgendwie was, ja, was Besonderes sein. Wir werden uns auf jeden Fall dann noch zusammensetzen, besonders wenn, denn Nana erstmal ihr Praktikum da, äh, hinter sich hat und ich meine Arbeiten geschrieben habe. Äh, die nächste kommt schon morgen. Aber, ähm, egal, das hat euch ja leider, äh, hat euch ja erstmal nichts anzugehen. Aber auf jeden Fall hauen wir da rein und dann werden wir schon, ähm, irgendwie was gebacken bekommen. Ich merke gerade, wie ich selber total den Schwachsinn labere und ich mich total bescheuert dabei anhöre und wahrscheinlich total die Fresse ziehe und ihr denkt euch nur so, ach, wie, wie. Aber, sorry, so bin ich halt, ne? Naja, auf jeden Fall, das war's soweit mit den Infos für heute und sorry, wenn das Ganze ein bisschen crappy rüberkommt. Das ist jetzt ziemlich improvisiert, einfach weil, ja, ich musste mir irgendwie was einfallen lassen und letztendlich geht's jetzt erstmal darum, dass ihr informiert seid und dass ihr hoffentlich Verständnis dafür habt, dass erstmal, ähm, Namas Praktikum vorgeht und ich mir dann Mühe gebe, dann die Woche über noch ein paar Videos hochzuladen und, ja, des Weiteren danke für eure, ähm, für euren Support und, naja, wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Und, ja, habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, Pipolinos!